hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge ja herzlich willkommen zu einer neuen folge ja in der letzten folge da wollten wir ja den wir haben das auch geschafft nur mein programm hat mal wieder nicht aufgenommen das tut mir echt leid ich bin jetzt auch dran alle fehler auszumerzen aber dieses mal da hat sich der fehler leider wieder eingeschlichen ich kann das leider nicht ändern ich weiß aber wo das boot jetzt ist und es gibt einfache wege oder einen kurzen weg wie wir da jetzt hinlaufen hier von der basis aus so viel dazu drauf muss ich sagen ich bleibe erst mal hier oben drauf die angstschüsser ach nee jetzt ist der auch noch da ja das sind die uhr einwohner der grill ist noch an ihr könnt euch was nehmen wenn ihr wollt was war das denn ja gehört wie gut normalerweise klopfen die sich auch gegenseitig oder hinten ja ja ich ja 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 ich merke schon das wirklich ging so viele kann ich nichts ausrichten keine andere wahl hier oben drauf zu bleiben 2 24 leute sind hier das gibt es noch nicht es gibt es noch nicht es geht es es geht es es geht es ja Okay. So, jetzt zwei Stücke von drei Rocksteams. Komm doch her! Komm doch her, wenn ihr was wollt! Komm doch her! Komm doch! Da haben wir schon mal die ersten niedergestreckt. Alter Schwede. Mag jemand Eingeborenen gut durch? Ich esse das täglich. Oh, hallo ich. Alter Schwede. Kommen Sie uns näher. Treten Sie ran. Kommen Sie immer noch da hinten? Oh Leute, ich will doch nur schlafen. Gebt euch doch so einen Park auf. Oh, Alter. Oh, ich lebe ja gerade mal so. Oh, ich hab's euch gesagt. Das ist nicht ohne. Alter. Alter. Nein. Nein. Oh. Schön. Jetzt werden wir abgeschwitten in die Hühne. Oder in eine der Hühne. Oder in eine der Hühne. Jetzt brauchen wir erst mal ein bisschen. Alter. Alter. Oh. Hier machen wir das Bucke-Mann. Was ist das denn? Eine Karte! Was ist das denn? Die können wir mit Ende holen? Ja, warf ich. So, hier ist wahrscheinlich eine abgestimmt. Ich bin jetzt schon gekommen aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ja, da wollen wir mal hoffen, dass ich hier eine Karte überleben kann. Hier hängen überall, keine Ahnung, Zähne oder was das ist. Das ist gar nicht so heiß. Wir paddeln hier gerade irgendwo, dass wir nicht mehr sind. Das ist gar nicht so heiß. Das ist gar nicht so heiß. Das ist gar nicht so heiß. Die Tauben trinken uns auch nicht. Wie geht der Läufer? Kann ich doch mal? Nein. Das ist so Arsch-Spinkel hier. Wir laufen dann da zurück, wenn wir hier gepoppt sind. Wir ziehen den Hammer auf. Ich hab gedacht, da kommt jetzt gerade was Angebrochen da. Ich bin gerade total angespannt. Okay, gesundheitlich gehts uns gut. Sticks haben wir nicht, womit wir uns irgendwie ein solches Feuer machen können. Also, ja, wir gucken mal, ob das so irgendwie hier rauskommt. Die liegen auch überall so körperlich. Keine Ahnung, was das ist. Kann man mal klein machen. Wenn wir uns natürlich jetzt Eingeborene über den Weg laufen, dann haben wir ganz schlechte Karten. Es sei denn, ich investiere wirklich mal was in die Ernährung. Aber gut, mir geht es halt um. Das nehmen wir natürlich an. Da kommen wir jetzt raus. Im Eingeborendorf kommen wir hier raus. Gucke mal. Alter Scheiße. Ich will zurück nach Hause. Ich will mich ins Bett legen und die Eprionalstellung mich einknüllen und vor mich hinrollen. Aber da seht ihr mal wieder, das kommt davon, wenn man zu riskant kämpfen tut. Ihr habt gesehen, wie viel Kraft die eingeboren haben. Die geben dir zwei, drei Hiebe und dann bist du weg. Ohne Löcher kommen wir hier gar nicht mehr aus, denke ich. Wie gesagt, die Löcher, die geben uns ja Rüstung. Ach Mist. Ich wollte sie eigentlich flücken. Was wollte ich sagen? Die Löcher, die geben uns ja Rüstung. Und das ist quasi unsere zweite Lebensversicherung. Kann man so sagen. Deswegen also ein Hoch auf die Löcher. Wir werden Löcher in Zukunft genauer jagen. So. Kurze Erklärung, warum ich das vorhin bauen wollte noch hier. Erfahrungsgemäß, wenn hier so eine Fackel steht. Habt ihr ja auch hier wunderbar bei den Lagerfeuer gesehen. Die Eingeborenen, die sind so blöd und die laufen da einfach rein. Deswegen wollte ich das jetzt mal auf die Schnelle bauen. Aber ich hatte nicht genügend Zeug dabei gehabt. Na gut, und dann bin ich etwas mutig geworden und wollte mich dann gegen einen, äh, mich mit einem anlegen hier. Aber ihr habt es ja gesehen. Es ging in die Hose. Ähm, ja, okay. Ich würde sagen, ich speichere mal ab. Abspeichern, achso, C. Ja, wir speichern ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und, äh, schaltet ein, wenn es euch gefallen hat. Und, ähm, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüß!